Musik Reger Zustrom zum Messezentrum Salzburg, die Vereinigung Kontaktlinsenanpasser in der Augenärzte, lädt seine Mitgliederinnen und Mitglieder zum 18. Herbstsymposium. Musik Die Salzburger Kontaktlinsenherbsttagung der Augenärzte ist ein Forum für alle Kolleginnen und Kollegen, die sich über neueste wissenschaftliche Entwicklungen informieren wollen. Zudem besteht die Möglichkeit, in engstemem Kontakt mit der Industrie auch über Produkte informiert zu werden und nun seit neuestem auch einen hochqualitiven Anpasskurs zu besuchen. Musik Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Kompetenz zu fördern und auch in der Allgemeinheit das Bild zu schärfen, dass der Augenarzt für die Augen gesund hat und nicht nur für die Optik zuständig ist, so dass wir, die Augenärztinnen und Augenärztinnen, für die optimale Kontaktlinienversorgung die erste Adresse sein wollen. Im Vortragssaal referieren internationale Experten zu interessanten wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Kontaktologie. Wie gerade dargestellt, ist die Kontaktlinse halt ein Sehhilfsmittel, was durch seine Lage direkt auf der Augenoberfläche und durch seine mechanische Bewegung auf dieser Augenoberfläche erhöhte Anforderungen an den Tränenfilm stellt und gleichzeitig die Augenoberflächenfunktion negativ beeinflussen kann. Insofern ist gerade die Kontaktlinse eigentlich ein Sehhilfsmittel, welches direkt in die Funktion, in die Gesundheit und auch in die mögliche Krankheitsentstehung eingreift. Insofern ist die Kontaktlinse eigentlich eine Sehhilfe, die primär durch den Augenarzt zum einen verordnet werden sollte. Parallel zum Vortragsprogramm findet ein ganztägiger Kontaktlinsenanpasskurs statt. Das Anpassseminar ist an und für sich für junge Kollegen in Ausbildung gedacht oder auch für junge Kollegen, die in die Ordination gegangen sind und noch keine Erfahrung mit Kontaktlinsen haben, damit sie einmal das Material kennenlernen, den Unterschied hart-weich für Kontaktlinsen, formstabile Kontaktlinsen kennenlernen, die unterschiedlichen Materialien. Im Prinzip sollte es ein Einsteigerkurs sein, um den Geschmack für Kontaktlinsenanpassung den jungen Kollegen näher zu bringen und nahezulegen, dass sie das auch in ihrer Ordination durchaus weitermachen sollen und auch anfangen sollen. Dank zahlreicher Aussteller wird ein breites Spektrum von marktrelevanten Kontaktlinsen geboten. Wir sind heute vertreten mit unserer neuen Silikonhydrogen-Tageslinse. Das Interesse ist natürlich von den Kontaktlinsenanpassenden Augeärzten da auf der Veranstaltung viel, viel größer. Unsere Produktlinie Bilomet möchten wir hier den Kontaktlinsenspezialisten, dem Augenarzt, näher bringen. Hier ist es richtig spezifisch auf Kontaktlinsenauge ausgerichtet und den Vorteil spürt man hier. Wir produzieren bzw. entwickeln sogar unsere eigenen Silikonhydrogen-Kontaktlinsen im Tageslinsensegment. Wir haben hier Kontaktlinsenpflegemittel, in erster Linie eben für weiche Kontaktlinsen, ein bisschen was auch für formstabile. Sehr wie jedes Jahr wieder eine sehr gelungene Veranstaltung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.